ja alle leute und alle netz wie kommen jetzt einer weiteren aufnahme pvz mal wieder zusammen mit markus und unseren legends of the land charakter an diesmal in beiden zombies wir wollen uns den sieg holen und das werden wir auch tun ersten kill habe ich schon haben noch nicht mal leben verloren dafür bin ich jetzt so gut wie tot und habe keinen weiteren kill mehr geholt oder was von hinten und meine rocket fliegt natürlich über die masse der ganzen sonneblumen drüber alter die stehen als richtiger klotz im garten ich werde mit dir wir schaffen wieder den ersten garten nicht wenn es so weitergeht ich bin jetzt schon entsorgungsfachmann wir haben wir haben so kommt schon kommt schon Ah Mitch Mitch Oh Das war's. Alter! Ist doch grad auf mir zerstört, erhe! Und ich kann, erhe... Für den Garten nur 2 HP. ich komme mit ich bin tot ich habe mich mit superkrieg und schleim getötet darfst du das ja weißt du dann machen wir überlegung sagst du das hier ist Heilung ey hier ist Heilung ja 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 ich kümmere mich nur gar da drum da ist noch die normale die heilte auch davon ist noch eine Erbse im Dach da oben glaube ich ist auch noch eine Sonnenblume direkt über dir jetzt das wäre mein tb weil er versuchte mein tp zu klauen aber auch nicht geschafft das wäre mein tp zu klauen keinem übel in der Welt oh der wird geschnippt oh 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 sniper aber ich habe den sniper schön weg eliminiert hat er bist du ja nein und immermals anschlag würde ich fest das ist bitter ein schmerzhaften Tode oder weiß, dass du sterben willst. So, Paräontologe. Aber mit dem, finde ich, kann man ziemlich abgehen. Ja, ich habe vier Kässe gemacht. Weil ich staubend bin. Ohne. Wow. Nein. Oh Mann, wie fick dich das. Oh fuck, Schnapper hinter mir. Na, ich will die Gäste. Jetzt spiel ich nicht. So, sie haben hier schon wieder Schnappe. Alter, eine Bommos, man beschießt mich. Der will mich. Wo bin ich? Hey, da war sogar ein Spieler dabei bei den ganzen Kills. Ich dachte, ich habe hier nur so den Garten geklärt, aber da waren Spieler dabei. Markus, hier neben dir. Wie? Wow. Wow, 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 wow. Puh, alter. Wow. boah war das knapp aber ich brauche hier ja wo sitzt einfach das ist hinter mir sagt doch ich bin gerade zu dir her gelaufen da bin ich in dieser scheiß sniper kaktos der will mich die ganze zeit unbedingt töten erfolgt mich einer hätte ich mir oder war hinter dir da wohl wach ich weiß nicht leben ist nicht so geil wie ich sagen da zukunft jawohl Prozent die Bühne er war mit 3er Striction Woh Wotter Park Schieb und Bomben ich würde in der Füße ja Olin da hinten läuft doch einer Prozent Oro Schöpflügel wieder vorbei Verlack Wurt abmark Paki dahinten abweilig die Gelt ich werde nur von schnappern die mich essen getötet eigentlich nicht sechser killstreak siebenmal killstreak Alter, grad läuft bei mir 8er killstreak Alter, ist aber zwei paar ohne Komm mal her, komm zu mir ist dann U 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 ich weiß ich hab dich geheilt oh 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 digga okay ich hab den angezündet zwei stück sind schon drin soll hier noch einmal folieren ja okay das gewinnen wir leute das gewinnen wir so und wurde scheiß dunkle energie und ich da bin ich da bin ich wozelle bin ich ich bin noch gar nicht das bild gehört naja auf jeden fall eine coole runde gut punkte gemacht 14.000 münzen kann man auf jeden fall so stehen lassen glaube ich und ich habe es sogar geschafft die 30 jetzt habe ich ja schon wieder eine fps zahl stehen wo auch immer die jetzt wieder herkommt leute aber auf jeden fall würde ich sagen wollen wir jetzt noch mal dieses hübsche glitzerpäckchen hier so eine eulenmaske mit diamanten drauf wunderschön muss ich sagen wunderschön ist es doch dann machen wir hier durch spiele verlassen und dann gucken wir mal noch hier was wir denn so fürs nächste mal auf die rei stellen können vielleicht was mit unserer wunderschönen eulenmaske naja man weiß ja nie auf jeden fall laden wir uns jetzt erstmal zurück hier in den titel screen ihr könnt uns ja auch mal wieder eure ideen in die kommentare schreiben würde ich sagen mit challenges oder ähnlichem habt jetzt gesehen was das prinzip ist entweder er sagt uns vielleicht ein dlc oder er sagt wir sollen und die und die klasse spielen mit einer serie oder ihr sagt wir sollen irgendwie mit einer von den sturmsoldaten versuchen drei gärten einzunehmen irgendwas überlegt euch irgendwas seid kreativ und ich würde sagen wir sehen uns dann das nächste mal in einer weiteren folge pvz anmerken möchte ich hierzu noch die missionen wenn zu schwer werden natürlich müsst ihr euch darauf einstellen dass es ja auch mehrfach seht weil nach dem ersten versuch geben wir bestimmt nicht auf bis dahin sausend tschau